Lege dich auf den Bauch und hebe deinen Oberkörper und die Beine vom Boden ab. Strecke deine Arme nach vorne und bewege sie wie Flügel seitlich am Körper. Zeitgleich öffnest und schliesst du deine Beine wie ein Schneeengel auf den Bauch. Führe diese Übung dreimal eine Minute aus. Um die Übung zu erleichtern, halte die Übung statisch ohne Bewegung von Arme und Beinen.